Die vierte edle Wahrheit Eine ethische Lebensweise Die zweite edle Wahrheit zeigt uns eine Lebensweise auf, die zum Leiden führt. Die dritte edle Wahrheit erinnert uns daran, dass Wohlbefinden und Glück möglich sind. Es gibt eine ethische Lebensweise, die uns aus dem Leiden herausführt. Nur wenn wir ein ethisches Leben führen, können wir Glück und Wohlbefinden erfahren. Dieser Weg ist der edle achtfache Pfad, die vierte edle Wahrheit. Dieser Pfad führt zum Glück, und er ist auch ein ethischer Pfad. Man kann beides nicht voneinander trennen. Weil alles einander bedingt und miteinander verwoben ist, kann es kein wahres Wohlbefinden geben, wenn dies nicht auch das Wohlergehen anderer mitbedenkt. Der achtfache Pfad umfasst acht Richtlinien, wie wir in der Welt leben können. Der achtfache Pfad leitet uns an, so wahrzunehmen, zu denken und zu handeln, dass es uns Glück bringt und mehr Glück in der Welt schafft. Zwischen beidem gibt es keinen Unterschied. Die acht Aspekte des achtfachen Pfades sind Rechte Anschauung, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Wie können wir überhaupt wissen, was Recht ist? Was ist in diesem Zusammenhang mit Recht gemeint? Jeder will auf rechte Weise denken, doch was bedeutet das? Wir brauchen achtsames Atmen, achtsames Sitzen, achtsames Reflektieren, damit rechtes Denken und rechte Rede möglich sind. Es muss aber wirklich rechtes Denken sein, denn unter Umständen glauben wir nur, wir würden auf rechte Weise denken, während wir tatsächlich falsch denken. Die Entscheidung, eine Atombombe abzuwerfen, wurde während des Zweiten Weltkriegs als Ausdruck eines richtigen Denkens betrachtet. Doch war sie das? Wie sollten wir denken, damit unser Denken als ein richtiges oder rechtes bezeichnet werden kann? Was ist rechte Rede? Mit Recht meint der Buddha moralisch und ethisch. Moral und Ethik können einen Verhaltenskodex einschließen, den wir gern akzeptieren und dem wir folgen wollen. Es gibt fünf Kriterien, die uns zu beurteilen helfen, ob etwas richtig oder falsch ist. Das erste Kriterium – Leid oder Glück. Das erste Kriterium für richtig und falsch ist, ob etwas Leid oder Glück hervorbringt. Was immer zu Leiden führt, ist falsch. Was immer zu Glück führt, ist richtig. Das ist ein Kriterium. Dukka und Sukka. Doch um es zu verwenden, müssen wir uns daran erinnern, dass es einen Unterschied gibt zwischen Leiden und Schmerz. Schmerz mag unvermeidbar sein, doch das bedeutet nicht, dass wir leiden müssen. Eine Trennung kann sehr schmerzvoll sein, doch wenn sie von einem starken Ideal, einer inneren Berufung oder einer tiefen Sehnsucht getragen werden, kann Trennung für sie etwas Akzeptables sein, weil sie nur so ihre Sehnsucht verwirklichen können. Als Siddhartha sein Zuhause hinter sich ließ, verließ er damit auch seine Frau, sein Kind, seine Familie. Er ließ alles hinter sich, um das harte Leben eines Asketen führen zu können. Vielleicht sind auch sie imstande, ihre Familie zu verlassen, sowie die Annehmlichkeiten ihres täglichen Lebens, weil sie etwas Wichtiges verwirklichen wollen. Und so sind sie imstande, unter schwierigen Bedingungen zu leben. Das wird den Schmerz der Trennung lindern. Sie erleben zwar eine Trennung, leiden aber nicht. Mit dem Leiden ist es gar nicht so einfach. Manchmal ist Schmerz nur Schmerz, und wenn sie ihn annehmen können, leiden sie nicht. Es muss also einen Unterschied geben zwischen einem Schmerz oder fehlenden Annehmlichkeiten auf der einen Seite und Leiden auf der anderen. Auch mit dem Glück ist es nicht so einfach. Es gibt einen Unterschied zwischen Glück und Vergnügen. Für viele von uns gelten Vergnügen und Wohlgefühl als Glück. Einige spritzen sich Heroin, um ein Wohlgefühl zu erleben, andere fühlen sich erst glücklich, wenn sie viel Alkohol trinken. Doch ist das wahres Glück? Wohlgefühl kann sich also von Glück unterscheiden. Es gibt viele Arten von Vergnügungen, die auf den ersten Blick wie Glück aussehen. Darum müssen wir an diesem Punkt sehr genau und tief schauen. Genuss und Vergnügen unterscheiden sich von Glück. Sie sind nicht dasselbe. Möglicherweise wandern sie gern in die Berge und unternehmen hin und wieder eine Tagestour. Sie klettern und klettern. Es wird ihnen heiß und sie ziehen sich kratzwunden zu. So gesehen scheinen sie während der Wanderung zu leiden. Es gibt natürlich auch Menschen, die lieber zu Hause bleiben und fernsehen, statt die Strapazen einer Bergwanderung auf sich zu nehmen. Doch es mag sein, dass sie gerade jene Menschen bedauern, die in ihrem Wohnzimmer sitzen und sich ein Programm nach dem anderen ansehen, während sie in den Bergen sind und das genießen. Wer ist also glücklich? Der Wanderer oder der Fernsehzuschauer? Es hängt von der Sichtweise ab. Und daher ist es sehr schwierig, das Kriterium von Glück oder Leiden zu verwenden, um zu bestimmen, was richtig oder falsch ist. Dieses Kriterium reicht also nicht aus. Das zweite Kriterium Nutzbringend oder schädlich Man könnte die vierte edle Wahrheit so verstehen, als besagte sie, dass alles, was zum Leiden führt, falsch und alles, was zur Beendigung des Leidens führt, richtig sei. Um diesbezüglich zu einem besseren Verständnis zu gelangen, müssen wir tiefer in die Natur von Glück und Leiden hineinschauen. Darum gibt es ein weiteres Kriterium, das nutzbringend und schädlich genannt werden kann. Es unterscheidet, was Wohlbefinden bringt, im Unterschied zu dem, was abträglich und schädlich ist. Was immer für sie, ihre Gesundheit, ihr Verstehen und Lernen förderlich ist, ist gut. Und was nicht förderlich oder nutzbringend ist, ist schlecht. Es ist nützlich, eine schulische Ausbildung zu bekommen. Dieses Kriterium wird also Lernen und zur Schule gehen unterstützen. Wenn sie Alkohol trinken, ist das ein Genuss für sie. Doch sie wissen, dass es ihnen schadet, wenn sie zu viel Alkohol trinken. Dieses Kriterium kann ihnen also dabei helfen, klarer zu sehen. Es gibt geistige Formationen oder Gebilde, die wir als förderlich und nutzbringend beschreiben, sowie Freude, Mitgefühl, Vergebung, Verstehen und Liebe. Jedes Mal, wenn sie die Samen des Mitgefühls, der Freude, der Brüder oder Schwesterlichkeit in sich berühren, wird sich dieser Samen als ein geistiges Gebilde manifestieren und sie glücklich machen. Diese Praxis hilft ihnen, Freude und Glück zu entwickeln. Auch in den Menschen, die ihnen nahestehen, sind diese positiven geistigen Gebilde. Sie können diese förderlichen Qualitäten auch in ihnen berühren, sodass auch sie sich manifestieren und diese Menschen glücklich machen. Und sind sie glücklich, werden auch sie davon profitieren. Diesem Kriterium folgend wird also richtig und falsch davon bestimmt, was förderlich und nutzbringend oder was schädlich und unnütz ist. Das dritte Kriterium verblendet oder wach Ist unser Geist nicht klar, sind wir nicht wach. Wir fällen falsche Urteile, treffen falsche Entscheidungen und tun die falschen Dinge. Nehmen Sie einmal an, Sie stehen unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol. Ihr Kopf ist nicht klar, man wird Sie leicht täuschen können und welche Entscheidung auch immer Sie in diesem Moment treffen werden, richtig kann sie nicht sein. Stellen Sie sich weiter vor, dass Sie sehr wütend auf Ihr Kind sind. In einem solchen Augenblick werden Sie auch wegen Ihrer Wut nicht bei klarem Verstand sein. Wenn Sie dann festlegen, dass Ihr Kind vom Erbe ausgeschlossen werden soll, kann diese Entscheidung nicht richtig sein. Tun Sie nichts, wenn Sie nicht wach und bei klarem Verstand sind. Warten Sie lieber, bis Sie wieder Sie selbst sind und richtig wach, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Verblendet oder wach gibt uns ein Kriterium an die Hand, aufgrund dessen wir bestimmen können, was richtig und was falsch ist. Das vierte Kriterium Den Weg öffnen oder versperren Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, wann es angebracht ist, den Weg zu öffnen oder zu versperren. Öffnen bedeutet, dass Sie manchmal eine Ausnahme machen müssen. Sie wollen vielleicht nicht lügen. Immer die Wahrheit zu sagen, so glauben Sie, sei stets eine gute Sache und zu lügen sei immer falsch. Doch stellen Sie sich vor, jemand hielt der Ausschau nach einer bestimmten Person und würde Sie fragen, ob Sie die Person gesehen hätten und wo sie sich versteckt hielt. Wenn Sie in diesem Moment die Wahrheit sagen, würde das für die andere Person Unheil bedeuten. Sie sind also gezwungen zu lügen. Nein, ich habe die Person nicht gesehen. Ihr Motiv ist Mitgefühl. Sie erlauben sich zu lügen und eine Ausnahme zu machen. Ohne eine solche geistige Geschicklichkeit und Flexibilität wäre eine intelligent entgehandhabte Moral nicht denkbar. Und darum ist es wichtig, den Weg manchmal zu öffnen und sich eine Ausnahme zuzugestehen. Hat ein Arzt das Recht, einem Patienten eine Lüge zu erzählen? Als Arzt sollte man die Wahrheit sagen. Doch es gibt viele Wege, das zu tun. Wenn er die Wahrheit nicht am richtigen Ort und zur richtigen Zeit sagt, könnte es die andere Person umbringen, sie zu hören. Und darum sucht er nach dem richtigen Zeitpunkt dafür, damit der Patient keinen allzu großen Schock erleidet, wenn er sie hört. Ärzte und Ärztinnen müssen lernen, wie sie am besten die Entscheidung treffen, ob sie oder ob sie nicht die Wahrheit sagen und wie sie diese gegebenenfalls in einer hilfreichen, geschickten Weise übermitteln. Manchmal entscheiden wir uns dafür, nicht die Wahrheit zu sagen, um dem anderen Menschen beim Überleben zu helfen. Es ist also nicht einfach, sondern ziemlich kompliziert. Darum brauchen wir ein tiefes Verständnis, das uns in die Lage versetzt, die Tür zu öffnen und Ausnahmen zu machen. Den Weg zu versperren bedeutet, dass sie manchmal etwas nicht tun sollten, selbst wenn es als solches nicht falsch wäre. Gesetzt den Fall, sie trinken an jedem Wochenende ein Glas Wein. Es ist für sie ein Genuss, gelegentlich ein Glas Wein zu trinken, und es hat weder ihrem Geist noch ihrem Körper in den letzten 30 Jahren geschadet. Überdies waren sie nie betrunken. Nun kommen sie zu einem Retreat, und dort wird ihnen geraten, komplett auf Alkohol zu verzichten. Sie fragen nach dem Warum, denn es hat ihnen doch nie geschadet. Warum sollten sie sich selbst dieses Vergnügens berauben? Eine Frau aus England stellte mir einmal eine solche Frage. Warum soll ich kein Glas Wein mehr trinken? Das ist für mich ein Genuss. Ich sagte ihr, ich weiß natürlich, dass sie vollkommen recht haben, wenn sie sagen, dass der Alkohol ihnen nie geschadet hat. Doch Kinder neigen dazu, es ihren Eltern nachzutun. Wenn die Eltern rauchen, werden die Kinder wahrscheinlich auch rauchen. Vielleicht tragen sie den Samen des Alkoholismus nicht in sich, aber möglicherweise eines ihrer Kinder. Mit dem Trinken aufzuhören, ist ein Schutz und eine Unterstützung für ihre Kinder. Sie tun es nicht um ihrer Selbstwillen, sondern für ihre Kinder. Das bedeutet es, den Weg zu versperren. Wir wollen etwas Schädliches verhindern, das in der Zukunft geschehen könnte. Wir sollten, wenn überhaupt, maßvoll trinken. Doch es ist eine Tatsache, dass wir, wenn wir das erste Glas nicht trinken, niemals riskieren, noch ein zweites oder drittes zu trinken. Das erste Glas nicht trinken bedeutet, den Weg versperren. Sie mögen etwas tun, das ihnen niemals schadet. Doch ihre jüngere Schwester oder ihr kleiner Bruder mag dasselbe tun, und ihr oder ihm schadet es. Jemand, der mit Alkohol im Blut am Steuer seines Autos nach Hause fährt und dort sicher ankommt, hat sehr viel Glück gehabt. Wenn er sagt, ich habe getrunken und bin in Ordnung, realisiert er nicht, dass er einfach nur Glück hatte. Keinen Alkohol zu trinken, wenn man Auto fahren will, bedeutet, den Weg zu versperren. Es bedeutet, sich ein Hindernis zu schaffen, damit kein Unglück und kein Leid geschehen können. Das fünfte Kriterium äußerer Schein oder innerer Gehalt schadet. Manchmal sieht es gar nicht so aus, als verstießen wir gegen eine ethische Richtlinie, während wir es tatsächlich doch tun. Stellen Sie sich vor, Sie sind an einem Ort, an dem jemand einen anderen zu töten versucht. Sie sind in der Lage einzugreifen und das Unglück zu verhindern. Aber Sie tun es nicht. auch wenn Sie kein Mörder sind, so haben Sie doch die Richtlinie des Nicht-Tötens verletzt. Sie haben nicht direkt getötet, aber das Töten zugelassen. Ich nenne das Nicht-Dazwischentreten. Sie treten nicht dazwischen, mischen sich nicht ein und handeln damit genauso, als würden Sie aktiv Schaden anrichten. Sie sind auch in diesem Fall für Ihre Handlungen verantwortlich. Wenn Sie in eine solche Situation geraten, sollten Sie sich einmischen. Sie können sich nicht rausreden, indem Sie sagen, ich bin dafür nicht verantwortlich, ich habe nicht getötet. Doch, Sie waren da und Sie sind nicht dazwischen getreten. Sie sind verantwortlich. Bei der angewandten Ethik studiert man, wie ein moralisches Ergebnis, eine Wirkung, unter spezifischen Umständen erreicht werden kann. Wir spekulieren nicht einfach nur darüber, ob etwas richtig oder falsch ist. Wir müssen die geltenden Normen prüfen, um zu erkennen, ob unser Verhalten wirklich ethisch ist. Wir können diese ethischen Kriterien in unserem täglichen Leben anwenden. Letztlich arbeiten wir daran, alle Kriterien und Normen zu transzendieren. Buddhistische ethische Philosophie kann man wie folgt zusammenfassen. Subjekt wie Objekt der Wahrnehmung manifestieren sich beide im Bewusstsein, indem sie dem Prinzip wechselseitiger Verbundenheit und Durchdringung folgen. Menschliche Wesen sind in allen Dingen gegenwärtig, so wie alle Dinge in menschlichen Wesen. Das dynamische Bewusstsein wird Karma-Energie genannt. Alles entsteht und folgt dabei dem Prinzip der gegenseitigen Abhängigkeit. Doch es gibt freien Willen und die Möglichkeit der Transformation. Es gibt so etwas wie Wahrscheinlichkeit. Das Eine wirkt sich auf das Ganze aus und das Ganze beeinflusst das Eine. Intersein bedeutet auch Unbeständigkeit, Nicht-Selbst, Leerheit, Karma und zahllose Weltensysteme. Rechte Sichtweise ermöglicht rechtes Handeln, was zur Minderung von Leid und zu mehr Glück führt. Glück und Leiden bedingen und durchdringen einander. Die Wirklichkeit transzendiert die Begriffe von Gut und Böse, richtig und falsch. Ein Beispiel für die Anwendung der Kriterien Die Atombombe Der amerikanische Präsident Harry Truman befahl am 6. August 1945 den Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima. 140.000 Menschen starben in unmittelbarer Folge. Der vorige Präsident Roosevelt hatte zuvor sehr deutlich gemacht, dass man in einem Krieg alles tun müsse, um den Tod unschuldiger Menschen zu verhindern. Auch Präsident Truman hatte sich in diesem Sinne geäußert. Doch nun hatten die USA gerade die ersten Atombomben herstellen können und das Militär wie auch politische Berater drängten ihn, sie einzusetzen. Zu der Zeit hatten die Alliierten den Krieg im Pazifik bereits gewonnen. Und doch versuchten Militär und politische Berater Präsident Truman davon zu überzeugen, die Atombombe einzusetzen. Zuerst sträubte er sich, weil er das Leben von Zivilisten nicht gefährden wollte. Doch am Ende konnten sie ihn überzeugen, den Befehl zum Abwurf der Bombe zu geben. Mit der Begründung, dass sich dann die Japaner ergeben würden, während ansonsten der Krieg noch länger dauern und viele Opfer kosten würde. Wenn wir einen Krieg dadurch beenden, dass wir eine gewisse Anzahl von Menschen töten, retten wir viele Menschen, die ansonsten möglicherweise später hätten sterben müssen. Das ist das Argument. Richtig oder falsch? In einer solchen Situation müssen Ethik und Moral zur Anwendung gelangen. Es ist nicht einfach. Ich stelle mir vor, dass die Gespräche und Beratungen damals sehr lange dauerten, bevor die Entscheidung fiel, auf Hiroshima die erste Atombombe abzuwerfen. Doch ich weiß, dass diese Diskussionen nicht rechte Anschauung berücksichtigten. Präsident Truman sagte, dass er nach seiner Entscheidung wie ein Baby schlief. Wie kann man gut schlafen, wenn man weiß, dass 140.000 Menschen sterben werden? Vielleicht hatte er viele Stunden lang zugehört und diskutiert und war dadurch erschöpft. Die Atombombe wurde am 6. August abgeworfen und am 7. August hatte sich Japan immer noch nicht ergeben. Und auch am 8. August noch nicht. Und so wuchs der Druck, noch eine weitere Bombe abzuwerfen. Am 9. August 1945 fiel die zweite Bombe, diesmal auf Nagasaki, eine kleinere Stadt. Dieses Mal starben 70.000 Menschen. Und wir wissen, dass die Wirkungen einer Atombombe sehr langfristig sind. Viele, viele Menschen erkranken und sterben immer noch an den Folgen des Fallouts. Das ist ein extremes Beispiel. Doch eine wahre Ethik muss mit solchen Extremen umgehen können. und das ist ein die Wirkungen die Wirkungen die Wirkungen haben. Die Wirkungen und die Wirkungen die Wirkungen haben. Vielen Dank.